Jünger Der hat kein Content und kann kein Österreich bauen Irgendwie dumm, da ist dann erstmal ein Craftwork mit dem Rofflein dann nach einer Stunde, wie cringe Bruder, man baut einfach nix Ich bau was Und Skype muss ins Also Also das verstehe ich jetzt einfach nicht, ich bau doch was Was für ein Tag haben wir heute? Also Craftwork Tag? Tag Ähm Äh Irgendwie 24 oder so Ich glaube eher so 19 glaube ich Und du hast gestern angefangen deine Insel zu bauen? Hehehe Nein Jajaja Davor schon Hallo 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 Hallo